hi leute wie sanu hier und willkommen zu einem neuen warhammer 40k space marine 2 video und zwar wisst ihr dass das game auch einen season pass hat jetzt war es so dass man hier wenn man die gold edition hatte oder die ultimate dann hat man den season pass direkt schon mit drin und das ganze war auch mit einem vorlauf dass man ein bisschen vorher spielen konnte aber man wusste noch nicht genau was da alles drin steckt und jetzt gab es ein update beziehungsweise steam war da war da ganz fleißig und hat als allererstes rausgehauen und zwar seht ihr hier den season pass battle plan wie das ganze abläuft wann das ganze ungefähr kommt jetzt im september wo klar der release ist ist auch die season 1 da die jetzt verfügbar ist mit den ultramarines cosmetics pack also der ganze season pass hat nur kosmetischen kram wer da bock drauf hat ich meine der ganze fashion style in game ist absolut nice ich verfall dem kram auch immer gern und hier sind wir schon ein paar sachen ein paar andere zeige ich gleich noch dann kommt die season 2 das alles noch dieses jahr mit dem champion pack cosmetic pack und einem weapon skin pack und das ja auf dem bild schon ein erkennen kann sieht ziemlich nice aus diesen 31 chapter will receive champion pack auch kosmetik pack und waffen skin pack und ein anderer chip da bekommt noch ein champion pack das gleiche für die season 4 also alles wie gesagt komplett durch die bank nur cosmetics da haben wir schon vorher gesagt dass jeglicher content der so kommt dass der für alle spieler da sein wird man macht doch absolut sinn wir wollen neue einsätze haben neue maps für für den pvp und das sieht auf jeden fall nice aus so die anderen sachen hier durch mal einige der skins an die richtig cool aussehen jetzt zum beispiel da lassen sich ein paar richtig geile kombinationen basteln der sieht man zu sehr amig style aus aber hier absolut nice hier auch ein paar richtig cooles skins dabei ich warte ja immer noch auf so einen sparten ähnlichen hellen der auch ähnliche aussieht und den kam hat gibt ja ein skin den kam hat aber das hier ist auf jeden fall schon sehr sehr cool ja das war es heute ein ganz kurzes video zum season pass in space 2 wenn euch das video gefällt dass mir gerne abo like da schaut gerne auf twitch und bei uns im discord vorbei und wir sehen uns im nächsten video macht's gut bye you